Und ganz ehrlich, wie sehr tut das dann weh, dass so ein Spiel hier wirklich Abstiegskampf pur ist? Wie sehr tut es weh, dass so ein geiles Spiel ist, so geile Fangruppierungen, so geile Vereine, halt Platz, was das jetzt, 15, 16 gegen 18 ist, ne? Ah, weiß ich nicht, ehrlich, für das ein Hexenkessel. Und hier musst du halt in diesem Hexenkessel auch mal direkt klar machen, wer du bist, dass du hier nicht herkommst und damit hier Schalke den ersten Heimsieg feiert und so ein bisschen den Umschwung einhält nach 4x0 zu 0. Nee, du kommst hier her, um den Scheiß zu gewinnen. Direkt mal nach zwei Minuten die erste dicke Grätsche ansetzen, ne? So ein Thema wird es heute. Sich nicht davon überwältigen lassen, was hier abgeht auf Schalke. Sich von Stimmung und Kulisse nicht überwältigen lassen. Matriciani, frei. Immer noch frei, immer noch frei. Schalke. Ja, Schalke hat das erste Tor geschossen. Drexler. Gegen wen auch sonst als gegen uns, ne? Gegen wen auch sonst als gegen uns. Wenn es einen depperten Klub gibt, der gegen Schalke das erste Tor seit vier Spielen kassiert, dann sind es halt einfach wir. Es wird halt für immer so bleiben. Es wird für immer so bleiben. Wenn, dann gegen uns. Matriciani auf frei und der läuft da einfach durch. Keiner geht irgendwie ran. Drexler läuft Sosa weg. Das ist halt auch so, so amateurhaft verteidigt, Bruder. Matriciani darf sich da links durchsetzen. Dann rennt ein Freien im Anton weg auf rechts. Größtes Manko bei einem Anton auf rechts. Er hat kein Tempo. In der Mitte läuft ein Drexler weg und eins nur noch zehn Minuten, ne? Gute Voraussetzung fürs restliche Spiel. Super. Die hitzige Stimmung. Mit einer Führung anzuspielen. Ja, stark, stark, stark! Führer, ich gebe deinen Ball ab, du Idiot! Ich gebe deinen verschissenen Ball ab, Mann! Meine Fresse! Super Ballgewinn von Rildias. Führer, ich kann Dias anspielen, kann links anspielen, kann Silas noch weiter rechts anspielen. Seine Option ist, den Ball acht Meter drüber zu jagen. Gib doch deinen scheiß Ball ab, Mann! Labbadia regt sich auch auf. Meine Fresse, Alter! Unfassbar! Silas rechts frei, Dias rechts frei, links läuft einer mit. So ein Vollquatsch! Natürlich auch geil, wie ich vorm Spiel hier sitze und sage, ey, Aydin, Matriciani, beide neu drin, links und rechts. Da musst du mit unseren Flügelspielen Vollgas geben gegen die. Und jetzt sind es unsere Außenverteidiger, die irgendwie Quatsch bauen heute. Rechts viel zu große Lücke um 1 zu 0. Da ist Matriciani mit involviert in das Tor. So ist er schon das ein oder andere Mal da irgendwie nicht so ganz auf seinem Defensivposten links. Natürlich perfekt, ne? Dass ich die hier als Problemquelle beim Gegner anschaue oder beschreibe, die dann einfach bei uns selbst Probleme sind bisher. Und wieder ist über rechts alles frei. Blüter! Blüter! Sosa verschätzt sich komplett. Es links wieder alles frei. Wo zur Hölle ist Waldemar Anton da bitte rechts? Wo ist er? Wo? Der rennt irgendwo zentral rum. Schlechter Schuss zum Glück von Salazar. Eckball. Sosa hüftet auch komplett unter den Ball durch. Also, das ist defensiv teilweise Slapstick, was wir da machen hinten. Jaja, klar, logisch. Geil. Geil. Ne, macht einfach Spaß Fan von diesem Trecksverein zu sein. Macht einfach richtig Laune. Macht richtig Laune Fan von diesem absoluten Trecksverein zu sein. Unfassbar, Bruder. Unfassbar, Bruder. Schießt ein Blüter gegen dich ein Hackentor. Weil unten Sosa spielt, als wäre er gerade ein Kreislase C, Alter. Salazar setzt sich gegen Sosa durch. In der Mitte pennt der Nächste. Und Blüter mit der Hacke, Alter. Mafropano ist auch wieder 8 Meter weg von Blüter. Der setzt ihn mit der Hacke rein. Bruder. Bruder. Bitte, bis auf Ito, bitte absolut jeden da hinten auswechseln. Jeden. Anders steht den ganzen Abend irgendwo zentral statt auf seiner scheiß rechtsverteidiger Position. Sosa hat, glaube ich, noch keinen einzigen Ball heute Abend richtig getimt. Mafropano spielt auch, als wäre es hier irgendwie Trainingskick. Jeden einzelnen raus da hinten. Ist das respektlos schlecht da hinten. Ist das respektlos schlecht da hinten. Wirklich. Weil es letzte Woche, das erste Spiel seit 31 Heimspielern, das will kein Gegentor kassieren. 3-0 hinten geführt, nichts zugelassen. Und auf Schalke führen wir uns defensiv auf, wie die absoluten Vollidioten. Wirklich wahr. Wie die letzten Vollidioten hinten defensiv. Aus dem Spielverlauf her, Schalke führt verdient. Aber vorne hat man auch ein paar Szenen. Das ist da vorne der letzte Punch, der letzte Pass, das ist auch nichts Neues. Und das ist jetzt auf einmal, was und Labbadia generell eigentlich voll in Ordnung war, war die Defensive. Wo wir wirklich sehr wenig zugelassen haben in jenen Spielen. Dann ist natürlich wieder Schalke, das direkte Duell auf Schalke, das erste Mal, wenn du wieder defensiv spielst. Wie Drittligamann, wie Drittliga-Mittelfeldplatz. Das sagt sie genau richtig. Das sagt die Expertin hier gerade am Tisch genau richtig. Behebig. Wir spielen behäbig. Schalke will es einfach mehr. Jetzt brauchst du eigentlich wirklich, brauchst du irgendwas komplett Vogelwildes in der Halbzeitpause. Sonst war es das hier. Meine Hoffnung ist halt echt, dass Schalke es einfach nicht gewohnt ist, zu führen und zu gewinnen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Das ist am besten, schnell aus der Halbzeit rauskommst, ein anderes Gesicht zeigst, es willst. Und dann werden die irgendwann im Schwanken kommen. Wenn du hoffentlich irgendwann 2 zu 1 machst, dann wird Schalke ein bisschen wanken. Dann werden die auch bemerken, scheiße, Ewigkeit nicht gewonnen, jetzt steht 2 zu 1. Spiel auf der Kippe, oh je. Dann kommt hoffentlich ein bisschen Unsicherheit ins Schalke-Spiel rein. Aber die Jungs spielen das hier einfach zu 0815 runter hier. Ja, guck, wie sie auch sagen. Das ist ja auch typisch VfB. Ist ja auch typisch VfB. Die bisher schlechteste Halbzeit unter Labbadia natürlich im bisher wichtigsten Spiel unter ihm. Da wirst du auch bekloppt, Alter. Da wirst du bekloppt. Bremen 2 der Halbzeit war auch nicht gut, ja, aber so vom Gesamtding die schlechteste Halbzeit bisher unter ihm. Das ist natürlich im wichtigsten Spiel bisher. Und dann passt auf, nächste Woche gegen die Bayern zu Hause machen wir ein gutes Spiel, aber verlieren knapp. Das wäre so typisch. Köln 3-0-Sieg auf Schalke, sich zur kompletten Lachnummer zu machen und zu verlieren. Nächste Woche gegen Bayern zu Hause ein gutes Spiel machen, aber verlieren knapp. Das wäre VfB durch und durch. Durch und durch wäre das VfB. Labbadia kann das schon. Glaube ich schon, dass er das kann. An Labbadia lag es auch heute bisher nicht. Wirklich überhaupt nicht. Da kann am Spielfeldrand stehen, wer will, wenn die da hinten solche Fehler machen. Und das war ja weder bei einem Anton, der ja echt in Ordnung war in den letzten Wochen, und auch nicht bei einem Sosa, der mit der beste Mann ist von uns generell, war ja von beiden nicht zu erwarten, dass sie gerade heute eine komplette Disaster-Class spielen. Abschluss, Fährmann! Der ist natürlich geil gewesen, ne? Das wäre natürlich jetzt fett gewesen, wenn gerade Borna Sosa, den ich so gehatet habe bisher, das Ding reinjagt. Wir sind präsent. Wir sind da, komm, schöner Schuss, gut gehalten von Fährmann. Klassische Torwartparade, wie man es ja so kennt. Eckball, auf jetzt, komm, 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 komm. Schön. Sosa. Was ein absolutes Scheiß-Tor. Fährmann, Fährmann greift daneben sich, oder unter sich, besser gesagt. Ja! Egal auf welche Art und Weise, wir müssen, wir brauchen dieses Tor. Wir brauchten dieses Tor jetzt. Und dass dann gerade ein Borna Sosa ist, als ich den ganzen Abend eigentlich nur am Dissen bin. Und gleichermaßen auch ein Fährmann ist, der jetzt seit vier Spiels erst mal wieder ein Tor kassiert. Tut mir auch leid für ihn tatsächlich persönlich, ich mag den eigentlich. Dass es ausgerechnet auch ein Fährmann ist, ne? Komm jetzt. 63. Minute. Weiter. Weiter. Führich macht mich echt verrückt manchmal, gell? Führich. Hoch auf Sosa. Ja, schön. Scharfe Flanke. Fährmann. Sosa, was? Endo mit einem schönen Kopfball, Fährmann. Schöne Parade. Der springt raus. Hat ein schöner Reflex von Fährmann. Yoshina kriegt mich weg. Und Silas stochert das Ding übers Tor. Aus fünf Metern. Aus fünf Metern. Alter, aus fünf Metern. Stichelt er das Ding übers Tor. Wir hören die schönen Forza VfB-Gesänge. Dann bitte mach jetzt auch was. Komm. Du darfst hier nicht verlieren, Bruder. Du darfst hier wirklich bei Gott nicht verlieren. Dann würdest du hier verlieren, weil du eine lachhafte erste Halbzeit spielst. Weil du eine Frechheit an erster Halbzeit spielst. Es ist auch echt gerade nicht unrealistisch, dass ihr mein Herz pochen durchs Mikrofon hört. Durch die Entfernung hier. Es ist nicht unrealistisch gerade. Bitte verlier das hier nicht. Heilige Scheiße. Wir bekommen die Ecke nochmal. Dann bring die Ecke jetzt nochmal, Scheiß-Soße. Da wirst du bekloppt. Da wirst du bekloppt. Da wirst du bekloppt. Du kriegst noch eine Ecke in der 97. Und dann bringst du die halb hoch auf den ersten Mann am 16er. Du hast das Spiel in der ersten Halbzeit verloren. Du hast das Spiel mit der Attitüde verloren, mit der du das Spiel angegangen bist. Mit der Attitüde, mit der du das angegangen bist, hast du es verloren. Das war halb gar. Das war, ja, halblebig. Das war nicht willentlich genug in der ersten Halbzeit. Schalke wollte das über 90 Minuten. Wie es die letzten vier Spiele auch schon wollten über 90 Minuten. Sie wollten es. Dazu machen da Anton, Sosa und alle ihre Sachen in der Defensive bei den Gegentoren ganz milde Nummern. Fällt auch so ein Traumtor wie das 2-0 mit der Hacke klar. In Zuspielen läuft es dann einfach auch mal. Die zweite war gut. Die zweite war gut. Aber man kam nicht über diese Druckphase rund ums 2-1 irgendwie hinaus. Du kamst darüber hinaus zu nicht mehr. Auch in der zweiten war es am Ende, sage ich, nicht zwingend genug. Gerade Richtung Ende. Gerade Richtung Punch-Norm. Wie gesagt, du hast nochmal drei, vier Eckenstandards, Flanken am Ende. Kriegst du an der 97. noch eine Ecke. Und die kommt dann so ein bisschen spielbeschreibend halb gar auf den ersten Pfosten halb hoch. So, es war der Wille nicht da. Die Einstellung von Beginn an war vielleicht ein bisschen falsch in manchen Köpfen von den Spielern. So halblebig angegangen das Ding. Und so verlierst du halt auf Schalke. So verlierst du am Hexenkessel. Und sag, es sind so drei Punkte von Schalke. Und das ja auch nicht nur auf uns. Du hast ja noch Hoffenheim, punktgleich. Du hast Bochum, punktgleich. Hertha, punktgleich. Schalke drei Punkte hinter uns. Nee, Hertha hat nur einen Punkt vor uns jetzt mittlerweile. Augsburg noch fünf Punkte vor uns jetzt aktuell. Und nächste Woche geht es gegen die Bayern zu Hause. Es hat ja das bewahrheitet, oder die Angst bewahrheitet, die wir oft haben als VfB-Fan. Die wir auch schon oft gesehen haben, sonst hätten wir es ja nicht. Gutes Spiel gemacht, erfolgte Erlebnis gesammelt. Gegen Köln letzte Woche erster Sieg unter Labbadia in der Bundesliga 3-0. Kein Gegentor, das erste Mal seit 31 Heimspielen. Und dann ist die Angst da, weil oftmals gutes Spiel, nächstes Spiel ist wieder zu wenig, zu schwach. Wie wir es oft kennen, so war es heute. Vor allem die erste Halbzeit, da hast du es verloren. Wenn du mit der richtigen Attitüde, mit dem richtigen Mindset, mit dem richtigen Punch, der richtigen Griffigkeit ans Spiel gehst, vor Minute eins an, dann verlierst du hier auch nicht. Machst du aber nicht. Ich bin jetzt sehr auf die Erklärung gespannt nach dem Spiel. Dann wird es genau das sein. War du ja, der zweite war okay, erster war nicht da und sowas, die Klassiker halt. Und ich kann euch jetzt schon prognostizieren, wir können die Bayern nächste Woche ein ordentliches Spiel machen, aber halt knapp verlieren. Normale Zirkel des VfB-Fans. Und das heute tut euch extrem. Wir waren auf Schalke, darfst du nicht verlieren. Auf Schalke darfst du nicht verlieren. Die sind jetzt auch wieder komplett zurückgemeldet im Abstiegskampf. Nächste Woche haben die Bochum auswärts. Wir verlieren zu 90 Prozent gegen Bayern nächste Woche. Lass dir hier unten gewinnen. Auf einmal hast du Schalke punktlich mit dir nach dem 23. Spieltag. Du hättest heute wirklich alles machen dürfen, Unschieden spielen dürfen von mir aus auch, aber verlieren durftest du heute nicht. Und diese erste Halbzeit, die Attitüde von dir in dieses Spiel rein, der Umgang mit dem Spiel vielleicht, vielleicht auch unterbewusst in den Köpfen von manchen Leuten, von manchen Spielern, der Umgang mit dem Spiel, hat uns das Spiel gekostet. Aufhören. zystaat. Untertitelung des ZDF, 2020